In der vergangenen Woche haben wir uns unter anderem mit drei Themen beschäftigt. Unterkatalogen und wie man da die Übersicht behält, Status-2-Werken, wie man die abrechnungsfähig kriegt und zwei Label-Themen rund um ISRC und Startsaldo. Unterkataloge waren bislang etwas hakelig, man konnte zwar Werke anhängen, diese aber nicht wieder exportieren, nur die des Hauptkatalogs. Auch reflektierte die Angabe über die Anzahl der Werke insgesamt nicht die Werke in den Unterkatalogen. Jetzt schon. Wichtiger noch ist die Möglichkeit gezielt nach ALF-IDs der Verlagsverträge suchen zu können. Und dort alle Werke, nicht nur des Hauptkatalogs, sondern aller Unterkataloge mit aufgelistet zu kriegen. Mit allen Möglichkeiten, die das bietet. Der Leseansicht, der Exportmöglichkeit und vielen anderen mehr. Auch Unterkataloge haben eine eigene Vertrags-ID und nach der lässt sich ebenfalls suchen. In diesem Fall erhält man nur die Werke, die am Unterkatalog dranhängen. Was Status-2-Werke angeht, wir gehen unseren Weg Schritt für Schritt, sie zuverlässig und sicher abrechnungsfähig zu machen. Warum zuverlässig und sicher? Weil in vielen Fällen falsche oder gar keine Werkanteile bei den Status-2-Werken hinterlegt sind. Wie hier in dem Beispiel, die zusammen 150 Prozent ergeben. Klarerweise Rollenanteile. Neu ist, dass man Status-2-Werke zu Verlagsverträgen hinzufügen kann. Neu ist auch, dass diese Status-2-Werke abgerechnet werden, und zwar für Subverlagserlöse sowie Direktvergaben. Zuvor muss aber wie vor jeder Lizenzabrechnung die Fehlerliste aktualisiert werden. Und schon erscheint unser Status-2-Werk auf der Fehlerliste, weil die Werkanteile mehr als 100 Prozent betragen. Zu unseren zwei Label-Themen. Unter Label-Tracks. QM und QZs als Präfixe werden jetzt akzeptiert. Neu ist auch, dass in Labelverträgen das Feld Startsaldo, was schon eine ganze Weile in Alf drin war, jetzt auch tatsächlich aktiviert ist, und zwar für reguläre, ebenso wie querverrechenbare Verträge. Das Startsaldo wird damit einmalig in dieser Abrechnung, beispielsweise für das zweite Halbjahr 2018, in den Übertrag mit hineingerichtet. Wenn es sich um gruppierte, querverrechenbare Verträge handelt, werden diese Startsalden summiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und eine schöne Woche.